Ich finde, dass ich relativ fit bin. Aber durch diesen Film werde ich sicher noch viel fitter und gesünder, weil ich ständig laufen, klettern und springen muss. Wir rennen durch den Wald, werden von Greifern verfolgt. Das ist eine sehr spannende Sequenz. Gefilmt wird das von einer Kamera, die mit unfassbarem Tempo an einem gespannten Seil entlang saucht. Ich sage Action und sie rennen wie irre los. Denn sie versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen. Dan will schneller sein als Emma, Emma schneller als Dan und Rupert ist froh, wenn er irgendwie mithalten kann. Mir war nicht klar, wie schnell das werden würde. Ich bin einfach hinter Dan und Emma her. Wir werden alle drei behaupten, ich war der Schnellste. Entscheiden wird sich das erst beim Rennen. Ich bin schneller als Emma. Auf dem roten Teppich bei der nächsten Premiere machen wir das Rennen. Sagen wir 100 Meter. Ich bin dabei. Ich bin ;) Untertitelung des ZDF, 2020